Hallo Freunde, ich bin Georgi von Shuckle Breaker und wir sind am Grünland Festival 2017. Die Sonne scheint, es ist wunderschönes Wetter und wir werden da heute ordentlich einheizen. Viel Spaß am Grünland Festival. Servus, wir sind Rocko-Teil, freuen uns, dass wir am Grünland Fest spielen können heute. Ich bin der Flo, ich bin der David, ich bin der Felix. Ja und wir geben heute gescheit Gas, machen eine Akustik-Rock-Cabarett-Show mit allem, was dazu gehört. Ein Schwert habe ich mit, jetzt reiht es um, da, Excalibur, das brauche ich unbedingt zur Show. Ja, was haben wir noch mit, zeig her einmal. Wir haben da unser Band-Crokodil mit, das muss immer dabei sein, aber wenn wir wo weiter weg spielen, haben wir das Reise-Crokodil. Ja, das ist besser dann transportieren in der U-Bahn in Wien zum Beispiel, ja. Wir spielen so Sagen Sie mir den Crocodile Rider, den kennen wir schon, sehr gut. Dann haben wir da die Faxi-Dosen, zeig her. Ja, Faxi, the biggest cane of beer, spielen wir auch heute einen Song, ja. Und über den Bud Spencer singen wir einen Song, das passt auch ganz gut und dann hören wir auch mit. Setzen wir ihn bitte auf. Ja, da machen wir nämlich müde Geschichten, machen wir da mit dem Schwert und so. Und so, mit dem Spartakus, nämlich ja. Wir spielen einen Spartakus-Song, ja. Und dann vielleicht auch Männer war. Ja, solche Sachen spielen wir. So, kannst du mal wieder abnehmen, bitte? Schnitt. So. Ja, hallo, wir sind Concliffe. Wir freuen uns, dass wir heute spielen dürfen beim Grünlandfest. Heute ist schon der zweite Auftritt auf dem Fest. Wir haben gestern schon die Waldbühne eröffnet, haben dort gemeinsam mit ein paar Musikern gejammt. Das war richtig lässig. Geigenspieler dabei gewesen, Kachonisten dabei gewesen, echt lässige Sänger. Haben gestern schon ein wenig die Stimmung aufgenommen, was wir heute wieder weitergeben wollen. Und freuen uns, wenn wir heute um 8. auf der Hauptbühne spielen. Hoffen natürlich, dass ein Haufen Leute da sind. Uns gibt es jetzt in der Besetzung ca. 5 Jahre, 5, 6 Jahre. Genau. Wir haben bis jetzt schon einige Auftritte gespielt, wo wir richtig viel Spaß gehabt haben. Der lässigste Auftritt bis jetzt war, glaube ich, in der Arena in Wien. War zumindest der größte, wo wir beim Local Heroes Band Contest damals mitgespielt haben im Finale. Und vor gut 1.100, 1.200 Leute da gespielt haben, performt haben und richtig viel Spaß gehabt haben. Genau. Wir sind mit zwei Busse herbegefahren. Das heißt, wir haben Leute, die echt zu uns stehen. Und die sind immer wieder mit uns aushalten und uns immer wieder gerne anhochen. Wir freuen uns natürlich, wenn wir heute mit denen wieder feiern können. Von dem her freuen wir uns auf unseren Auftritt und hoffen natürlich, dass auch alle Bands das sonst spüren. Und Spaß haben auf der Bühne und wünschen den ganzen Grünland super Gelingen. Und viel Spaß heute auf dem lässigen Festl. Dissertid, 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 Dissertid. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020